Es gackert und gurt gewaltig. In der Weberei in Farel an der Oldenburger Straße sind derzeit die Vögel los. Dicht an dicht stehen die Käfige mit Hühnern, Gänsen und Tauben. In zwei angelegten Teichlandschaften paddeln ein paar Enten. Die über 300 Tiere sind an diesem Wochenende bei der Frieslandshow zu bewundern. Die Ausstellung beginnt jeweils um 9 Uhr. Offiziell eröffnet wird sie am Samstag, den 11. November um 10 Uhr. Anschließend werden die besten Tiere prämiert. Ausgestellt werden allein 16 Arten Wildgeflügel. Hinzu kommen über 15 verschiedene Hühnerrassen, mehrere Entenrassen und Gänse sowie über 100 Tauben.